Silberalarm, die Silberpreise explodieren, wir stehen mittlerweile bei 32 Dollar zum Zeitpunkt dieses Videos und wie gesagt, wir lassen euch natürlich nicht allein hier bei Invest Invest, wir haben immer wieder viele Edelmetall-Videos produziert und heute wollen wir euch einfach mal ganz kurz einen Update geben, ein bisschen auch ein Alert-Update zum Silberpreis, wohin die Silberpreise gehen, was wir aktuell tun, was unsere Tipps sind aktuell, was das Intelligenteste ist. Auf jeden Fall, Servus Hannes, mein Name ist übrigens Deutsch, Benjamin. Mein Name ist Hannes Hörtnögel und Benjamin, eines muss man ganz klar sagen, momentan alle Augen auf Silber, aber die Frage, die große Frage, war es das schon, war das nur ein Silberstreif am Horizont, ist die ganze Silberrallye jetzt wieder vorbei oder kommt der große Anstieg nach? Das ist, was für viele Investoren derzeit hochinteressant ist, deswegen sofort das Video teilen. Hannes, legen wir los und zwar Silber. Ja, Silber, es ist soweit, wir haben die 2020er-Hochs, die Corona-Hochs endgültig rausgenommen und diese Nacht waren die Silberpreise limit ab in Shanghai. Die Chinesen und auch im Osten kaufen Silber wie noch nie zuvor und die Edelmetall-Rallye, der Edelmetall-Bullmark 2024 nimmt jetzt richtig an Fahrt auf. Und wie gesagt, wir wollen euch nicht alleine lassen, wollen euch ein Update heute geben, ein schnelles Update, ein Alert-Update, wie es aktuell um den Silbermarkt ausschaut. Und Hannes, ja, die Silberpreise machen eigentlich genau das, was wir eigentlich auch erwartet haben für das Jahr 2024. Sie gehen aktuell vertikal und dazu schauen wir uns gleich die erste Grafik heute an. Und wir sehen hier das sogenannte Silber-Gold-Ratio. Und auch ein ganz großer Punkt dieses Jahr 2024 ist die Outperformance von Silber gegenüber Gold. Das heißt, Silber läuft einfach besser als Gold dieses Jahr und das ist auch ein super Indikator, Leute, dass bereits die zweite große Inflationswelle, wo wir gerade im Webinar letzte Woche darüber gesprochen haben, der Hannes und ich, bereits jetzt eben begonnen hat. Ihr seht es in dieser Grafik, eindeutiger, dicker Breakout aus dieser großen Konsolidierung seit über drei Jahren. Und jetzt heißt es, Game on, die Spiele haben begonnen, die Silberpreise steigen und gehen weiter nach oben. Viele von euch, und ich glaube, Hannes, das ist ein wichtiger Punkt, oder? Viele haben die Rallye verpasst bei 2020. Viele sind am Top eingestiegen. Und ich glaube, für gerade diese Leute, Hannes, ist heute dieses Video so wichtig. Ganz richtig, Benjamin. Und deswegen müssen wir uns anschauen, wo jetzt die Silberpreise hingehen. Aber für alle, die davon profitieren wollen, wie gesagt, in unserer Mitgliedschaft haben wir bereits vor Monaten darüber gesprochen, was da für Anstiege vorausstehen. Können gerne auch alle Mitglieder unten reinkommentieren, wie sie als Mitglied von InvestiBest das Ganze wahrgenommen haben und ob sie sich richtig positionieren konnten. Aber Benjamin, wie geht es jetzt weiter? War es das schon mit Silber oder kommt da noch mehr? Hannes, und dafür, wie gesagt, müssen wir auch wieder groß hinaus in die Welt blicken. Was passiert generell im Silbermarkt und natürlich auch in allen Währungen auf dieser Welt? Und dazu zeigen wir jetzt die nächste Grafik. Und zwar Silber gepreist nicht in Euro, nicht in Dollar, sondern in Weltwährungseinheiten. Und wir sehen hier, Silber ist fast auf Allzeithoch in Weltwährungseinheiten. Das bedeutet, in den G10-Währungen auf dieser Welt, schwedische Krone oder zum Beispiel auch der Schweizer Franken oder das britische Pfund oder der japanische Yen, wenn man das alles zusammen nimmt in einen Korb und dann den Silberpreis darin preist, stehen wir 15% noch, fehlen auf Allzeithoch, Leute. Also der Silber-Bull-Markt ist eindeutig in dieser Grafik erkennbar, läuft voll an. The bigger the base, the higher in space. Also, ich glaube, Hannes, das passt hier bestens dazu. Aber selbstverständlich schauen wir noch weiter. Und zwar, wir schauen uns den aktuellen Ausblick in Silber in US-Dollar an. Und da blenden wir jetzt noch eine Grafik ein, eine Grafik, die wir immer wieder bei unseren Gold- und Silber-Markt-Updates am ersten Donnerstag des neuen Monats zeigen. Hier ein Update oder auch bei uns in der West- und West-Mitgliedschaft selbstverständlich, sieht man jetzt, dass der Silberpreis mit über 32 Dollar langsam aber sicher in unsere erste große Zielzone für 2024 hineinläuft. Das heißt, wir erwarten ganz klar 34 bis 35 Dollar Silber innerhalb, also unmittelbar in den nächsten Tagen oder vielleicht in ein, zwei Wochen. Dann sollten wir wieder eine Korrektur starten, sollten, die locker wieder unter 30 Dollar fallen könnte. Das heißt, Silber könnte wieder kurz unter 30 Dollar fallen. Und natürlich, Hannes, wir wissen es jetzt schon beide, das Sentiment der Investoren würde danach kaputt sein schon wieder. Die Leute sagen, ah, das Top ist drin, die Leute verkaufen ihr Silber. Und aus diesem Grund wollen wir heute, wie gesagt, das Video ist da, um euch zu helfen, um euch zu beruhigen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Falls ihr 2020 zu viel Geld in den Silbermarkt investiert habt oder einfach viel zu viel Geld in diesem Markt habt und jetzt bei Silberpreisen 33, 34, 35 Dollar die Chance nochmal bekommt, einen Teil rauszunehmen, einen Teil einfach abzusichern. Es ist nie ein Fehler, auch ein bisschen Cash auf der Seite zu haben und seine Rechnungen zu bezahlen oder auch eventuell was umzuschichten. Man weiß es ja nicht, aber eben, man sollte niemals zu viel in einem Asset eigentlich haben. Deswegen der Appell auch von uns, falls ihr oder falls einer von euch zu viel damals investiert hat, macht es definitiv Sinn, um die 34, 35 Dollar einen Teil wieder rauszunehmen, Druck rauszunehmen. Es macht einen freier im Kopf als Investor, man kann wieder neu entscheiden. Oder Hannes? Genau so, glaube ich, würde es sehr, sehr viel, sehr vielen Leuten, bei sehr vielen Leuten jetzt auch Sinn machen. Ganz wichtig, bei der Mänswurbel hat sich 2020, 2021 dann ganz klar gesehen, als die Silberpreise zwar doll gestiegen sind und dann die Menschen sehr euphorisch wurden, aber dann jetzt diese Zeit bis eben 2024 jetzt dann nicht durchgehalten haben und dann teilweise mit großem Minus am Konto verkauft haben. Deswegen immer in einer angenehmen Position sein, immer das Portfolio in dem Maße ausbauen, damit man sich eben damit auch wohlfühlen kann, auch jetzt mal runtergehen kann, da lieber ein paar Gewinne mitnehmen und dafür dann die große Rallye mit dem Portfolio, das dann zu einem passt, dann auch noch durchstellen. Benjamin, große Rallye habe ich angesprochen. Was saugst du, auf einen längeren Zeithorizont geblickt zu Silberpreise? Hannes, es ist perfekt, diese Frage wirklich gut gestellt, weil genau um das geht es. Das ist das, was die Leute natürlich auch wissen wollen. Ist das jetzt das Top des Silbermarktes? Ist die 35 vielleicht das Top für 2024? Wir wollen diese Frage nicht unbedingt jetzt mit einem Ja beantworten, aber auch nicht mit einem Nein, weil eines, wo wir uns schon sehr sicher sind, ist, dass die Silberpreise über die nächsten zwei, drei Jahre, also 2025, 2026, 2027, definitiv weiter steigen werden. Und wir erwarten auch den Bruch der 50-Dollar-Marke von 1980 und von 2011. Diesen Bruch erwarten wir. Ob der Bruch schneller kommt, als wir es erwarten, möge uns der Markt das Ganze zeigen. Wir sind offen dafür. Fakt ist aber, dass die 35-Dollar in Silber, eine Marke ist, Hannes, wenn wir die rausnehmen sollten, auf Wochenschlussbasis ist wirklich weit über 35 schließen, 36, 37, 38. Bei Wochenschluss, dann muss man mit den 50-Dollar in unmittelbarer Zeit rechnen. Das wäre eine unfassbar krasse Überraschung. Aber wie gesagt, erwarten tun wir, dass die 50-Dollar fallen. Aber eben, Teilverkäufe bei 35, bei Leuten, die zu viel drin haben, machen hier absolut definitiv Sinn. in diesem Jahr 2024. Besonders die Leute, Hannes, die einfach wenig Geduld haben. Und damit wäre der Fahrplan aus deiner Sicht glasklar. Und eine Sache muss man ganz klar sagen, in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr war dein Call zu Silber, war dein Call zu Gold, goldrichtig, muss man ganz klar sagen. Auch wenn du da der Einzige am deutschsprachigen Markt warst, der das so vorausgegeben hat. Und damit muss man sagen, sollte man eines überdenken. Und zusammenfassend kann man so, wenn man zu große Positionen in Silber hat, sollte man die Chance vielleicht jetzt bei 31 bis 34 irgendwo nutzen, nutzen, um dann das Maß des Silberbestandes im eigenen Portfolio auf das gesunde Maß, wo man sich wohl fühlt, eben runter zu verkaufen und dann die große Silberrallye auf alle Fälle mitzunehmen. Für alle anderen, die noch keinen Silber besitzen, macht es vielleicht dann doch Sinn, sollten die 35, 36 gebrochen werden, den nächsten großen Schwung bis auf die 50 und vielleicht noch höher mitzunehmen. Aber man sollte ja schon, weil es gilt für alle Essayklassen, für Gold, für Silber, für Bitcoin etc. einen größeren Zeithorizont mitbringen, um dann auch die großen Gewinne mitzunehmen. Und apropos größerer Horizont, wir bei Invest the Best erweitern auch unseren Horizont. Wir haben neben unseren Investmentbereich, neben unseren Unternehmerbereich, neben dem, dass wir Mindset und Skillset verbinden wollen, jetzt auch neu unseren Gesundheitsbereich. Ja, und damit wollen wir die Brücke schlagen und den Menschen als gesamtnötliches Wesen im Fokus nehmen. Und eine Sache muss da bei jedem klar sein. Ohne Gesundheit bringen die ganzen Investitionen nichts. Aber am Ende des Tages ist es auch umgekehrt, dass man ohne, zwar mit Gesundheit, aber ohne, dass man das nötige Kleingeld hat, auch in dieser Welt relativ wenig bewegen wird. Und wir bei Invest the Best wollen gemeinsam mit euch in einer unfassbaren Community, jetzt neu auf Telegram für alle Mitglieder, viel bewegen, viel verändern in eine neue, nicht nur silberne, sondern auch goldige Zukunft reinschreiten. Gerne unten am Bein verlinkt unsere Jahresmitgliedschaft, 290 Euro noch in Aktion. Ja, wir werden natürlich beim nächsten Update ein detailliertes oder Wochenupdate, was ja dann nächste Woche auch kommen wird, wo wir dann auch über die Silberminenaktien sprechen, die wir auch natürlich im Portfolio bereits haben, wann wir dort aussteigen werden. Dort gibt es, wie gesagt, wieder ein Update. Natürlich, deswegen werdet einfach Invest Invest Mitglied, seid Teil der Community, vernetzt euch mit den Leuten, die auch Edelmetall-Fans sind, Leute, die auch Silber lieben und auch noch vieles mehr. Und ich würde sagen, Hannes, nächste Woche geben wir wieder ein Update zu den Minenaktien und natürlich zum Silbermarkt, wie das Ganze weitergeht. Nichtsdestotrotz Gratulation hier am Ende dieses Videos. Danke an alle, die immer noch dabei sind. Gratulation an alle, die es geschafft haben, drei Jahre Korrektur auszuhalten. Und Hannes, irgendwie ein bisschen genießen muss man das Ganze auch, weil Silberpreise über 30 Dollar anzuschauen, macht definitiv. Besonders mir als Edelmetall-Analyst, was mir einfach immer Freude bereitet hat, umso mehr Spaß. In diesem Sinne, in diesem Sinne. Und ganz viel Freude haben wir mit euch in unserer Community bei Westinbest. Deswegen unbedingt jetzt Teil davon werden, Videos sofort teilen, Kanal abonnieren, Glock hier machen und dann morgen einschalten, morgen schauen wir uns an, warum und wieso der WHO-Pandemie-Vertrag gescheitert ist. Und das sollte für alle von uns ein Grund zur Freude sein. Und Benjamin, zum Schluss die wichtigsten Worte. Johannes, morgen absolutes Pflichtvideo, aber natürlich im Silbermarkt, da schlafen aktuell die Zyklen, besonders für 2024, aktuell sicher nicht. Und Hannes? Ganz egal, ob Gold, Silber, Bitcoin, wir bei Westinbest nutzen die Chancen in unseren Investments und vor allem die Chance unseres Lebens. Bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.